So, hallo, da sind wir wieder und jetzt machen wir das Lager da kaputt. Zumindest versuchen wir es. Unsere Lebensenergieanzeige ist zwar voll für den Arsch, aber... Komm. Wir machen es jetzt einfach mal. Ähm... Wo kommen wir hier rein? Eingang ist hier, oder was? Ja. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch ein bisschen, ähm... Okay. Äh, vier Schrott, äh, neun Schrott und, 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 und vier von den Dingern. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwas zu essen, oder so. Das wäre nämlich äußerst von Vorteil. Ähm... Nein, oh, was ist denn hier? Oh, wohl ein... Geheim-Eingang. Hm, ein Geheimgang. Also sind wir schon mal falsch, hätten wir auch hier reingehen können. Hätten wir uns gar nicht da irgendwie... Jetzt den Aufwand machen müssen und diese ganzen Dinger da abreißen. Aber egal. Wenn wir irgendwann von vorn anfangen, dann, ähm... Wissen wir es besser. So, hier lag doch gerade was. Ah, ich seh' hier, Schrott. Machen wir schon fast 300. Ja, hier ist auch nix, okay. So. Komm hoch da. Los. Schrott. Wer schreit denn da so? Hm. Öy. Alter. Ich muss jetzt ultra-vorsichtig sein. So. Ich muss jetzt ultra-vorsichtig sein. Obwohl, unsere Gesundheitsanzeige füllt sich ja ein bisschen auf, hab ich das Gefühl. Das ist schön. So, sag mal hier. Schrott, Schrott, Schrott. Wo ist der Rest? Es waren doch eben gerade viel mehr von denen. Wo sind die alle hin? Alle weg. Ah, so weiter geht ja mal den ganzen Schrott. Die haben ja gleich schon aufgesammelt, hey. Hm. Komm, ich nehme mal gleich mal wieder eins mit. Falls wird irgendwelche böse Wichte um die Ecke kommen. Ja, ich nehme mal noch eins mit. Sicher, sicher. Mal hier drüben irgendwas. Nee. Vielleicht schon mal dagegen schmeißen können. Hallo? Pff. Lustig. Eih. Jetzt liegen hier die Eingeweide. Es ist schon jemals so was zu essen. Das ist scheiße. Na gut. So. Wenn das so weitergeht, könnte das ja unser erstes, ähm, ähm, Ding sein. Unser erstes Lager sein, wo wir 100% schaffen, ne? So, gehen wir jetzt hier hoch oder gehen wir erstmal hier runter? Ich weiß, komm richtig hin. Oh, ist alles so schwierig. Hm. Wow. Hm. Wenn es weder Wasser noch irgendwie Nahrung ist, ist es ein bisschen, hoppla. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber, kriegen wir hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Ähm, ich weiß nur noch nicht so ganz genau, wie wir das hinkriegen. Aber wir kriegen es hin. Ey, guck mal, volle Energie. Yeah. Das ist schön. So, jetzt sind wir hier. Ich glaube, wir gehen erstmal, wir gehen erstmal da hoch. Glaub ich. Ah, Skriffa ist in der Region aufgetaucht. Ach, das ist doch der, krass, warum wir uns dann irgendwie aufbessern können, gell? Der war das doch. Ähm. Ach, stimmt, hier war das Zeichen noch. Genau. Guck an. Jö, auf Babyauspufferien, Shaq, kann in der Werkstatt angebaut werden. Okay. Ach so, wir müssen aufpassen mit so hohen Sprünge, sonst, ähm, ist der gleich wieder verletzt, der Handkauz. Sonst hinkt ihr die Reifen. Ach so, ja, haben wir ja schon. Ah. Hey, wo ist die Waffe? Da. So, pass auf. Weg, 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 weg. Und. So. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Boah, noch einer. Wow. Jetzt sind wir gleich wieder tot. Was ist das für ein Käse? Mann. Okay, die lassen wir jetzt mal fallen. Nein, die Waffe, weil die müsste ja normalerweise gleich wieder kaputt sein. Nehmen wir uns mal das dann mit. So, hier haben wir noch eine Matrone. Und noch ein bisschen Schrott. Oh. Und wieder mal nichts zu essen. Essen. Oh, wie geil. Dickidi. So, jetzt sind wir ein bisschen satt. So, halbwegs. Ähm, gehen wir jetzt hier hoch? Weil da hätten wir doch auch, glaube ich, gerade nochmal irgendwo was, ne? Eigentlich auch eben hier eine Leiter. Ne? Okay, okay. Also gehen wir da hinten doch hoch. So, komm hier. Äh, 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 äh. Klettern. Juhu. Schrot, gleich haben wir alles. Noch zwei Stück. Okay. Hey. Ah, Wasser. Ich glaube, da oben kommt jetzt dieses blöde Mistviech. So. Fast voll. Das ist gut. Dann trinken wir nämlich jetzt erst nochmal einen Schluck, bevor wir nämlich jetzt da hoch gehen. So. Gehen wir mal gucken. Ach, genau. Das war ja der Typ. Stimmt ja. Das war ja der Typ. Hm. Hallo, es gibt doch E. Wow. Fuck. Ach du Scheiße. Puh. Was toll ist, die machen sich gegenseitig Schaden. Und ich mach mir auch gegenseitig Schaden. Hm, na toll, das war ja nix. Okay, nochmal. Haben wir den ersten Endgegner oder Zwischengegner, wie auch immer. Und dann kriegen wir schon Sonnen auf die Fresse. Das ist natürlich blöd. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder von vorne anfangen. Das ist natürlich noch blöder. Ja, natürlich. Klar. So, komm. Was wegdrücken? Okay. Okay. So, ist da schon einer verbrannt irgendwo? Nö, finde ich nett. Oh, Mann. So, was das? Oh, ja. Blöde Sau. Komm schon, komm schon. Oh, Mann. Irgendwo müssen doch hier Waffen rumfliegen. Ja, komm. Ja, komm. Ey, gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch nicht. Das ist jetzt Versuch Nummer drei. Oder? Ja. Jetzt muss man mal gestorben. Das war das Wohle. Okay. Okay. Und los geht's. Oh, Wasserquelles leer. Natürlich die beste Voraussetzung. Okay. So, jetzt nochmal. Und los schön langsam. Würde ich mal sagen. Oh, Wasserquelles leer. Achtung! Hallo? Warum geht der denn? Wieso kann ich den mehr angreifen? Wird denn scheiße? Ich habe da noch einen Schuss, oder? So, liegt ihm noch was? Irgendwo eine Waffe? Das jetzt sind wir eigentlich ganz gut dabei. Danke. Natürlich nicht gut. So, komm her. So, das wird wahrscheinlich die letzte sein. Nein. Pff. Fick dich doch einfach ins Knie. Du blöde Schwein. Okay, Versuch Nummer 4. Okay. Na gut, komm, los geht's. Hm. Das muss ja wohl irgendwie zu schaffen sein. Okay, los geht's. Ähm. Ja. Ist das tolles? Die hauen sich auch gegenseitig platt. Und die verbrennen alle. Das ist schön. Hallo? Äh. Boah. Du blödes Fickvieh, ey. Wo ist denn der jetzt? Da stand ja für ihn irgendwas, der ist anfällig für Feuer. So. Deswegen lassen wir ihn einfach mal irgendwie ein bisschen verbrennen. Zumindest versuchen wir das einfach mal irgendwie. Äh. Siehste? Funktioniert auch. Hm. Äh. Schade. Brennt er? Brennt er? Ah. Wir brennen auch. Ja, ja, also ich finde, wir sind doch ganz gut dabei. Ah. 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 Okay, komm. Irgendwo muss noch ne Waffe liegen. Ne, ich leg da auch keine mehr. Sehr gut. Er brennt schon, ne? Ah, die haben doch noch ein bisschen Munition. Wo ist er denn? Hier. Oh, scheiße. Wir sind gleich sowas von nem Arsch. Ach, das ist doch die... Das ist doch zum Kotzen. Okay, Freunde, kleine Verschnaufspause. Wir versuchen es einfach nochmal in der nächsten Folge, den irgendwie zu besiegen. Also, bis später. Macht's gut. Ciao.